Herzlich Willkommen zu diesem, unserem Hannahs Bessen, auch immer neuen Video. Wir bauen uns jetzt ein kleines Lebkuchenhaus. Bin mal gespannt, was das wird. Ich habe mir die Anleitung noch nicht durchgelesen. So, oh, das sieht gut aus. Also, wir haben... Ne, das ist kein Lolli. Das ist... Das sind Gummibärchen hier. Puderzucker in der ganzen Packung. Oh, wie süß. Hier sind die ganzen Figuren drin. Also, die Hexe, wahrscheinlich Max und Moritz, eine Katze, die aber auch ein Schwein sein könnte, ein paar Kekse, ein Tannenbaum, eine Brezel in weiß, eine Brezel in braun und das war's. Ach, Max und Moritz, bin ich denn doof? Ja. Geht schon gut los. Ich meine natürlich Hänsel und Gretel. Nochmal von vorn. Und jetzt haben wir hier die ganzen Lebkuchenplatten. Ja, guck, Madame hat jetzt noch ein Kuchenblech, aber da hat sie Pech gehabt, dann hat sie halt... Jetzt kein Kuchenblech mehr zur Verfügung danach. Ey, häng er weg. Deine Rangmann kann... ...essen? Was willst du essen? Das kann zu essen, wenn es fertig ist, ja. Ich denke, in dem Moment... ...im Schnitt, wo Hannah gesehen hat, dass man den Kran noch zusätzlich zerschneiden muss... ...wird sie gesagt haben, gut, dass das Philipp machen durfte, da hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Genau das wird sie wortwörtlich so zu sich selbst sagen. Ja. 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 Musik 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 Ach man, das nervt mich, dass die Katze dauernd umfällt oder umgefallen ist und jetzt aussieht wie weiß ich nicht Schnee am Bauch Der Baum, da bin ich auch mal gespannt wann der hält Baum ist Baum ist Katze Baum ist Katze Was für eine Katze? Da ist da nicht Da oben auf dem Dach ist eine Katze Ja Ja Haben wir das auch mal gemacht Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen Musik 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 Wir verkosten jetzt das Haus und Punkt Ja, du bist übrigens auch da, du hast noch gar nicht gesagt, dass du auch jetzt im Video bist Ich dachte du grüßt die Menschen noch Du bist unhöflich Willst du den Baum essen? Ja Ich dachte du fragst mich Ich hab dich nicht mal angeguckt Du schielst Ich möchte den Zaun essen Ich fütter dich nicht, iss selbst Wie alt bist du? Schmeckt genauso, wie ich mir vorgestellt habe Lebkuchen Und Zucker Das ist sehr lecker Das ist sehr lecker Es hat 4,93 Euro gekostet Ah Schreit doch nicht so Das ist sehr lecker Das ist sehr lecker Ich kann das Video beenden Schmeckt aber Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt gerne in die Kommentare Hab ich alles schon gesagt Wir hatten den Großteil vom Video gemacht, du oder ich? Ich habe eingekauft Ich habe alles beauftragt Respekt Ihr dürftet in meiner Wohnung sein Einer davon wohnt hier, aber macht nichts Kannst du auch machen? Kannst du abbeißen Jedenfalls hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat Und ähm Wir uns hoffentlich im nächsten Video wiedersehen Wir uns nicht Nein Also wir sehen uns wieder Wenn du fleißig meine Videos guckst Deswegen musst du mich aber zum Glück nicht sehen Zu deinem Glück Wieso? Weil es heftig aussieht, wenn du meine Videos anguckst Keine Ahnung Was ist das für eine Frage eigentlich? Für immer Und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Video Tschüss 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 Ich will nicht das essen Wenn du das Leko ein Stück da noch gegessen hast Ja, dann bis zum nächsten Video Tschüss Tschüss Tschüss